Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Heute machen wir den Leviathan DLC. Allerdings gucke ich hier vorher nochmal, weil ich glaube, dass wir eine Mission hatten. Ich glaube sogar zwei. Und eine davon würde ich gerne vorher einschieben. So jetzt einschieben. Was war denn das alles? Vielleicht ist es vorbei, das kann warten. Wir machen direkt den Leviathan. Vermute ich von längst ausgeschaffen Proteanung aus. Das stimmt nicht, das wissen wir. Ja. Ja. Oh, Commander Shepard, wir haben dich erwartet, nur ein Moment. Und Hadley, kannst du die Leviathan-Data für uns? Entschuldigung, Commander. Der Rest von meinem Team ist jetzt auf die Leads-Leader. Ich bin Dr. Garrett Bryson, und das ist Task Force Aurora. Was ist dein Anwalt? Unsere Anwalt ist zu unterscheiden, Lägen, Räume, alte Geschichten über die Reapers, bevor jemand wusste, dass sie existieren. Ist das notwendig? Die Reapers waren auch ein Myth. Das war in meinem Leben. Als dieser Myth beobachtet wurde, dass die Realität unsere ganze Geschichte verändert hat. Die Reapers waren auch Teil dieser Realität. Aber sie haben auch einen Historie, Commander. Wenn wir es nur umdrehen können, könnte es eine Schwierigkeit, die wir nutzen können. Wir könnten deine Hilfe vor drei Jahren benutzen. Ja. Wenn die Leute mehr auf deinem Prothean-Beacon bezahlen hätten, könnten wir nicht in dieser Krieg sein. Aber jetzt, mit neuen Informationen, wir haben uns herausgefunden, ein Breakthrough ist näher. Hadley, hast du die Daten? Nein! Das ist Commander Shepard. Ich brauche Seaseck, meine Position, jetzt! Jetzt, du musst nicht hier sein. Die Schmerzen kann nicht zu verbreiten. Die Reapers zeigen, dass ihr Name ist Derrick Hadley. Er hat hier gearbeitet, seit ein paar Monaten gearbeitet. Shepard, ich habe ein Seaseck-Alert von dieser Location monitoriert. Wurde du verbreitet? Ich bin gut. Aber ich könnte deine Hilfe nutzen, um das zu verbreiten, Edie. Schau mal in ihre Fälle. Ich muss wissen, was diese Taskforce vorhanden war. Mal wieder. Was? Ich... Was ist passiert? Gute Frage. Du sagst mir. Ich war unsere Daten, als du gekommen bist, und dann... Es war schmerz. Schmerz. Ich war irgendwo anders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Schmerz war in meine Hand. Dr. Bryson. Es war ein klinger Geräusch. Das war du, ihn schützend. Ich habe das nicht gemacht. Es war nicht ich. Du musst das glauben. Also, jemand anderes hat diesen Trigger? Aber ich würde niemals das tun. Commander, das ist, wie ein Report von Verbreiten. Indoctrination? Ich? Was ist das Leviathan, die Bryson erwähnt? Wie ist das? Es ist eine Art Kreatur. Unsere Feldteams haben ihn verabschiedet. Das Artifakt kam von unserer Forscher, Garneau. Er hat einen Audio-Log, wenn du... Was ist falsch? Zurück. Was sagst du? Die Dunkelheit kann nicht werden. Dammit. Geh sie nach der Klinik. Mal sehen, ob sie uns was ist falsch mit ihnen. Ja, Sir. Commander. Ihr solltet das sehen. Es ist eine Nachfrage von Dr. Bryson zu Admiral Hackett. Dr. Bryson, Sie haben eine Nachfrage? Admiral, die Leviathan des Disks, die wir uns beschäftigen haben... Ich glaube, wir sind wirklich auf etwas. Gib mir das Brief. Vor 20 Jahren. Die Batarien haben eine Reeper-Korps-Korps-Korps-Korps-Korps-Korps. Sie kamen sie auf und drumsielen. Doch Absolutely段. Aber ich bin in die Au distortion les ducken von bzw. die Reepern. Deshalb ist es tatsächlich. Das wirklich maximum. Size Ihre Informationen und weiter auf Gelegenheit. Es gibt auch ein Folgen von ein paar Wochen später. Es klingt gefährlich und nützlich. Wo ist hier die dritte Option, Leute? Ich sehe Brysons Punkt. Alles, was ein Reeper herkommt, ist wertvoll, zu finden. Außer den potenziellen Gefahren, die es umsetzen könnte, würde ich sagen. Aber wir wissen nicht, wenn wir ihn finden können. Brysons Assistant sagte, sie haben vorhin ein Log von ihrem Feldrecher bekommen. Es kann mehr Informationen erzeugen. Wenn ich die deutsche Synchronik mag, die deutschen Sprecher können alle Leviathan nicht richtig aussprechen. Und die ziehen das ganz gut. So Leviathan, was vielleicht in der englischen Aussprache noch halbwegs hinkommt, aber halt nicht im Deutschen. Das muss der Artefakt, der die Assistant hat. Und hier ist der Log. Dr. Bryson, es ist Garneau. Ich schreibe dir ein Artefakt, das ich gefunden habe. Über die einzige, was ich dort gefunden habe, in fact. Vielleicht ist es nichts, aber ich würde sagen, dass Leviathan hier durchgebracht wurde. Ich werde einige Nummern schreifen. Ich füge den Rest dieses Projekt-Travel-Alleranz. Vielleicht kann ich unsere Reeper-Killers-Movemungen projekten. Ich werde nachher nach dem nächsten Ort schauen. Garneau scheint, unser bester Weg zu beobachten, um Leviathan zu beobachten. Aber er bleibt kein Bestand. Wir müssen ihn finden. Wir füllen uns auf, was er sagt, dann. Er sagt, dass er die Reeper-Killers-Movemungen ist. Und die Beobachtung. Er war nicht blind. Er hatte Daten. Eine große Menge Daten, nachdem wir dieses Office haben. Also, wie können wir es nachdenken? Bryson und seine Kollegen haben sicherlich benutzt eine Galaxie-Map-Search-Programm in ihrer Beobachtung für Leviathan. Es kann uns helfen, zu holen Garneau. Das sagt, wo Garneau ging? Nein. Okay, dann erkunden wir doch mal ein bisschen. Dieser Knopf tut nichts. Was ist... Was ist das? Was zur Hölle? Okay, das war ich nicht. Das ist einfach nur krank. Das ist alles, was die Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung. Na, ich glaube, das alleine hilft uns auch nicht. Was ist das? Das ist ein Beobachtung. Wir wissen, dass die Reapers nach Leviathan sind. Studiieren die Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung können wichtig sein. Das ist das Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung der Beobachtung. Dann müssen wir uns weiter umsehen. Beobachtung der Beobachtung. Sie haben ein bisschen was von dem Bild. Was denkst du, Edie? Das nehmen wir mit. Meteorite Fragment, maybe? Er hat ihn als objektiv wichtig gemacht. Wir sollten noch ein Sample schauen. Sample Meteorite? Mit Tracen von Element Zero? Wird Leviathan brauchen Ezo? Das sind keine Steine, das sind Mineralien. Der Thorianer. Der Thorianer. Ok, das ist ein Müll. Die Fotografen haben eine Trace-Chemical-Residu. Es kann unter einer anderen Lichtsitzung sehen sein. Bryson war nicht nur Tracking-Sitzungen. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garneau könnte diesen Kurs folgen. Edie, kannst du ein Suchfilter für Systeme über diesen projekten Weg? Jetzt noch. Das Ding steht hier einfach offen rum und die wundern sich über innochternierte Assistenten? Warte mal. Warte mal an das. Ich kann diese Nummern nutzen, um einen Decryption-Key zu bauen. Okay, wir kommen zurück zum Datapad, den wir früher gefunden haben. Diese Bilder sind ziemlich gut erhalten, dafür, dass die 19 Jahre alt sind. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Salarians may have surveillance footage. Our Ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old, at least. And its technology unstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the Hegemony. Unconcerned, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there. Unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles, oder? Genau, das brauchen wir noch. Die Reapers haben Standard-Invasionsmuster? Da fehlt doch noch was. Also gut. Kreaturensichtungen. Ich suche doch nicht fünf Systeme ab. Reaper-Aktivitäten. Verbrechen mit Blackout. Blackout-Krimes. Keine Resulte. Some of our search parameters may be irrelevant. Three possibilities. So gut. Position mit Element Zero. Element Zero. We have a match, marking the Galaxy Man. Good. Let's go find Garneau. Sehr gut. Ach, ich hab Normandy Bucht angegeben, ne? Und nicht Normandy selber. Egal. I've got your briefing, private. Let's fill you in before the squad arrive. Ma'am, I had a friend in security at Sonax. He was definitely protean tech on Garneau. Mal warte. Okay, nope. Signal confirmiert. We have located Garneau. Ach Leute, hört doch mal auf mit mir diese Scheiße reinzudrücken. Es gibt nur ein wahres Gewehr und das ist 9-11. So, Betäubungsschuss. Mehr Kraft und Schaden gegen eingefrorene Ziel. Das Ding ist, wir haben echt nicht wirklich etwas, was einfriert. Höchstens Kryo-Munition. We're about five minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. Small operation. Could be a good place for Leviathan to hide. Powerful enough to take down a Reaper, but hiding from the war. There's more to this. I just hope Garneau has the answers we need. I'm reading Reaper enemy signatures in the asteroid field. Brayson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan 2, Reapers are a good sign. That's not something you hear every day. Take us in. Ich vertraue in diesen Kraftfeldern nicht. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper-Situation. Yes, Commander. Ganz ehrlich, ein Energieausfall und der ganze Bereich ist im Vakuum. Das wird die ganze Zeit... Sind das Asteroiden oder Meteoriten? Da war doch was, das wichtig ist, ob die in die Atmosphäre eintreten. Jedenfalls, wenn die die ganze Zeit dagegen knallen, kann das auch nicht helfen. Scouting-Party. Und es klingt, wie sie ein paar Freunde haben. Zivilverband Zungenschutz, das ist mir gerade egal. Denn es kann detonieren. Das ist entspannt. Ich bin seine Fahrzeuge von Garnell, bevor die Siryu-Truppen nachher kommen. Sondern diese Fahrzeuge von Bure伊wитron müssen sch 2017. Sie sollen die und das sind unter prepared. Sie werden sie sehen, als Sie sind. Sie müssen wirklich schützieren. Ich bin die Fahrzeuge von Garnell, bevor die Siryu-Truppe kommen. Ich bin derbatte von Garnell, bevor die Siryu-Truppe kommen. Werenf die Zungenschutz w Politik wird. All guests need to sign in at reception. They seem awfully calm. I'm Commander Shepard of the Alliance. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them for now. I see. That will be all. That will be. Hello? Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes. For the tour. Please sign in. Was geht hier vor? You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. He would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is... In the last couple weeks, it has been closed